hallo ich bin es wieder vom kanal stromrhein spaß raus guten morgen in den mask hat in der nacht von 7 auf 8 januar 2022 verkündet dass das full self-driving paket in usa dann auf 12.000 dollar angehoben wird auch diese monatliche rate in usa wird auch angehoben ab 17 januar und in deutschland wird es wahrscheinlich noch nicht gemacht sondern erst dann wenn das full self-driving paket wirklich zugelassen wurde aber man kann schon davon ausgehen dass es hier in deutschland auch so teuer werden wird also richtung 12.000 euro wahrscheinlich und ich wollte es dann mal mitteilen dass wer sich auch überlegt das full self-driving paket anzuschaffen sollte überlegen ob er das nicht demnächst mal macht ein like von euch fände ich total super und über ein abo wäre ich total dankbar wenn ihr die glocke drückt recht immer die neuesten videos von mir und danke für zuschauen wenn ihr möchtet schaut auch gerne meinem kanal mal nach da gibt es interessante videos unter anderem auch hier ein ladekurven video bei minus 15 grad das ist sehr spannend finde ich ihr könnt euch gerne mal meine anderen videos auf kanal anschauen da gibt es zb ein road trip an die costa brava oder ein hypermiling mit dem standard range plus oder ein trip an die nordsee und die ganzen ladekurven videos habe ich euch mal oben verlinkt